das habe ich jetzt eine pistole aufgehoben aha okay alles klar wir brauchen erst mal ein neues auto aber kommen wir nehmen den einfach mit dann fallen wir nicht oder das ist das auto ist natürlich mega und jetzt mit der karte ist aber der warte mal Das ist ganz schön dreckig hier, die Gegend. Moment. Ah, ich kann sehen, wo die sind. Hm, hab ich. Warte mal, wie war das? Ach, das war auf T. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bis, ich mache es gleich. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Gemeldet wurde ein männlicher Schwarzer mit einer Schusswaffe im Bitter Quartier. Bitte eingreifen. Hauen wir mal schnell ab. Oh, schönes Auto. Wir gucken jetzt erstmal auf die Karte. Warte mal, die ist zwar auf Tab. Wo haben wir denn, äh, wir müssen, ach, wir müssen da wieder zurück. Äh, Fekrug setzen, alles klar. Aber die Bahnschiene, das ist doch eigentlich ganz, äh, schmackhaft hier. Oh, hier. Jau. Dreck voller Polizei, holen wir mal in die Laterne runter. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Dich wiederhole. Suche einstellen und streiten Sie im Sportbett. Geschuss sich in der Weste. Komm, wir fahren ja auch noch auf den Bahnhof. Da ist ja beides, finde ich ja geil. Umfunk, das betreten, ja, ich weiß. Ach, darum ist die Straße, oh. Du musst da irgendwie rein. Treppe? Das wäre doch mal eine Option, eine Treppe hier. Ist das gut oder schlecht für uns? Sucht an einer anderen Stelle, Leute. Boah, das sind ja so viele. Aber die Frage ist ja, äh... Ah, auf X, alles klar. Oh, das könnte kommen ja rein. Oh, das ist gut. Okay, da habe ich jetzt gepenkt. Neue Runde, neues Glück, äh, das ist die Runde, fängt er gerne mal richtig scheiße an, ey. Schrott. So ein Schrott. Äh, jetzt bin ich hier schon wieder? Och nö. Befragen wir Charlies Dealer. Befragen wir Charlies Dealer. Ja, und weiter? Na jetzt muss ich wieder raus, oder was? Hm, 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 hm. Weiß ich, warum ich hier spawne. Ist ein bisschen merkwürdig das Ganze, aber ist okay. Na, 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 na. was der dreck wird ich habe gar nichts gesehen die Polizei muss verständigt werden irgendwie klappt das befreien ich tritt zwar auf Kuh hier gibt es einen Haufen Arger Ach guck mal was 3 4 4 in der Kirche drücken an der Kirche gibt es jeder Art von Tragen wenn ihr sie zerstört verliert der Bus eine ganze Menge im Haus ok das ist nicht gut oder lehrt das zu töten ok du arbeitest jetzt für mich da gibt es da noch mal Geld nein 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 falsch falsch ich sehe den Verdächtigen von hier kann ich ihn gar nicht verfehlen da kommen der Verdächtige trainiert das Fahrzeug da da war der Stelle befragen wo sich das ehrlich sagen wo ich hab auch das andere Auto was ist denn das für ein komischer Busch in den hohen Drehzahlbereich wenn schäfte ich hab mal harte da muss ich denn die hin warte mal ich muss erst mal auf die Karte gucken ob das denn so sind zerstöre Charlies Heroin oh man Risiko Belohnung viel Kohle Schaden Ultra oh fuck alter ok ich steh direkt davor ist das praktisch oder nicht ich fahr am besten da hinten hin naja ist gut guck dir mal ja genau unauffällig ist auffällig weil so ein Quatsch ich wollte einfach nur die Karriere ab den verfolgen verfolgen und streiten wieder aufnehmen ich wiederhole verfolgen verfolgen abbrechen und streiten wieder aufnehmen k auch jeder was warum hängst du denn an der was für Ausdrücke ich hab das nicht keine kugel mehr ja 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 oh deckung komm hier in die quere und du stirbst als erster bleibt hinter mir leute der macht uns tatig kopfschuss ah ok ich will jetzt ich werde auf dein Grab pissen nein ich denke nicht zwei Männer hier ist er holt ihn euch ich verkriech mich was ist ein z was ist ein z er hat mich festgenagelt äh wie fühlt sich das an Arschloch äh legt doch mal die Leiche wieder weg damit kann ich grad überhaupt nichts anfangen ich bin festgenagelt ich hab ja ich bin wer zum Beispiel auch der Zauber das ist ja praktisch okay wir müssen die Taktik ändern irgendwie niemand findet ihn schneller als ich vorhin ist dieser Wichser Ablauf die kann so ein großer Kerl sich so gut verstecken ich bin schafft uns die es gibt es gleich weiter der Matto startig ach du wirst also üben das ist einer jetzt hier vorne verschafft mir das Zeit der Dreckskerl hat schon wieder erwischt er ist er wird zum einen Cocktail erlauben auch Alter ich habe heute mal wir haben keine Pistolen Munition mehr was ist auch jetzt mal diese das nervt ich bin Ausdruck sechsmal wieder Knarre ich bin im Schuss wenn er kann er schießt aus der Werkstatt raus alles klar sieht zumindest so danach aus ich bin dann mal hier drüben wir haben ja so viel okay Scheiße was ist eh was ist was wie kann der mich den Treffen vom okay das ist auch immer diese Meldungen ey das ist ja schlimm in dem Spiel du kannst ihn mal in Ruhe das gut ach da vorne ist der Eickel da gehen wir jetzt mal hin Hallo Hallo runter er ist bewaffnet runter hey Leute so langsam geht uns die Verstärkung aus er ist doch hier hände die Steht ihr nicht umruhen mal soll einer sein ey da runter Clay ich habe keine Kugeln mehr ich habe keine Kugeln mehr Asche zu Asche Schwarzflutcher alles klar so jetzt aber oder Scheiße ich bin getroffen Topflos Scheiße ich bin getroffen Scheiße ich habe ihn voll erwischt nein 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 C okay das war knapp unter Clay grüße von Herrn Molotow du Mistkerl öh wat ich habe keine Kugeln mehr ich habe keine Kugeln mehr die sind ja schon mal als Fußpilz das gute daran er ist uns durch die Lappen gegangen so nehmen wir jetzt wieder mit das haben wir ein Medipack so so ach da hinten bist du ne ja das ist es es und jetzt so was wir uns erst mal die schusssichere weste jawohl sehr gut das haben wir jetzt Oko bei Lichtmotor um und für eine Kette leckern in der Werkschaft Da drin scheint auch noch jemand zu sein. So, das nehmen wir auch noch mal mit. Das haben wir zwei. Ach, diese Steuerung manchmal, ne? So. So. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's.